Ich würde sogar noch den Punkt davor nochmal kurz aufgreifen, weil ich glaube, da kann man auch sehr gut das in die Praxis vielleicht auch in die eigene oder generell zurückführen, nämlich genau diesen Zwischenpunkt, wo quasi diese Entlassungen in erster Linie passiert sind. Weil eigentlich sind wir ja da schon an einem perfekten Punkt, um Verantwortung zu übernehmen, ohne dass man notwendigerweise dann für sich persönlich oder individuell wirklich schlechte Konsequenzen davon tragen muss. Das Szenario ist einfach, wir gehen davon aus, dass diese anderen Trainer entlassen worden sind. Was ist das Beste, was man machen kann? In der nächsten Presskonferenz sagen, ich habe offensichtlich falsch evaluiert und habe Personen ausgewählt, die bestimmten Idealen oder Arbeitsprozessen in der Organisation nicht reingepasst haben oder dem nicht irgendwie standhalten konnten, was wir verlangen. Und ich muss mich selber quasi verbessern, damit ich nicht nur besser evaluiere, sondern, genau den Punkt, den du jetzt gesagt hast, in Zukunft den nächsten Trainerstab, den ich hole, besser zu integrieren und denen besser unsere Arbeitsprozesse näher zu bringen. Weil das kann mir nicht nochmal passieren, weil ich bin quasi der Cheftrainer und ich muss letztendlich diese Entscheidungen besser treffen können. Also wenn man das nur vergleicht, was ist, wenn er das gesagt hätte im Vergleich zu, naja, mit denen konnte ich nicht arbeiten und wir suchen einfach neue. Also das ist ja, das wirkt ja ganz anders und wieder, in dem ersten Beispiel, was ich quasi länger ausgeführt habe, heißt das ja nicht, dass ich dann als Cheftrainer meinen Job verlieren muss, weil ich habe davor Verantwortung, ich meine, das liegt ja natürlich vielleicht an der höheren Stufe, die dann sagen, ja okay, wenn du viermal hintereinander schlechte Trainerstabe auswählst und die nie involvieren kannst in unseren Arbeitsprozesse, dann ist dein Lehren oder deine Einführungsveranstaltungen sind halt nicht gut, okay, dann versuchen wir es mit jemand anderem. Aber da wird niemand über dir sagen, ah, okay, der muss sofort weg, weil da ist Verantwortung übernommen worden mit, ich muss, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe schlecht evaluiert, ich muss besser evaluieren beim nächsten Mal und ich nehme es mir konkret vor, die besser einzugliedern und ich werde das machen. Und wenn ich das nochmal nicht schaffe, die richtig zu evaluieren und die richtig einzugliedern, dann, ja, dann muss ich wirklich in den Spiegel schauen und dann was ganz Neues ausprobieren. Aber wie gesagt, also es ist ja viel positiver, damit kann man wegarbeiten, das ist so eine ganz andere Grundlage dann geschaffen. Vielen Dank.